Das ist ein Video. Profimäßig. Sogar von woher sind die Platten her? Wirklich? Das ist ein echtes Schalungsbrett. Ja, das sind zwei sehr schöne Bräter, die habe ich mir so zurecht geschnitten, dass sie da jetzt reingekriegt haben. Ich will morgen in der Früh, bevor wir da weiter betonieren, muss ich noch zwei kleine Adaptionen machen, aber das passt schon. Habt ihr da in Beton was zum Eantifrieren hineingeben? Nein, es ist friert nicht. Bitte? Das ist in der Nähe von uns gerade. Ich freue mich, glaube ich, aber nicht später, weil wirklich viel gerade passt. Braucht man nicht noch. Bitte? Ah ja. Du weißt, das ist ja als Dokumentation, weil das glaubt ja sonst keiner. Ja, ja. Schau, das ist... Ja, ja. Schau, das ist... Diese... Also diese... Eisenstangen... Von den Blinden, die Handläufe, die haben wir da zerschnitten und angespitzt. Und alles mit Materialien, wie viel, das wir heute in Ordnung haben. Aber heute haben Sie brav gearbeitet, muss ich sagen. Ja? Ja. Na super. Ja. 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 Ja.